Bis zur nächsten Let's Dance Staffel dauert es noch mehrere Monate, doch schon jetzt sorgen sich viele Fans um Renata Lussins Teilnahme. Nun sprach die Tänzerin Klartext. Renata Lussin? Ist sie 2024 bei Let's Dance dabei? Vor knapp vier Monaten ging die diesjährige Staffel von Let's Dance mit Anna Ermakova, 23, als Siegerin zu Ende. In Kürze startet die große Let's Dance Tour, bei der viele Profi-Tänzer und Promis erneut gemeinsam über das Parkett fegen werden. Doch viele Fans machen sich dennoch schon jetzt Gedanken über die kommende Staffel der beliebten RTL-Tanzshow, die frühestens im Februar 2024 starten dürfte. Die Frage, die wohl die meisten interessiert, welche Profis sind mit von der Partie und auf wen müssen die Zuschauer vielleicht verzichten? Wie es um ihre Teilnahme steht, verriet Renata Lussin, 36, jetzt selbst. Zuschauer hoffen auf Renata Ekaterina Leonova. In diesem Jahr fiel Renata Lussin bekanntermaßen bei Let's Dance aus. Nur kurz vor Staffelstart wurde bekannt, dass die Tänzerin und ihr Mann Valentin Lussin, 36, ein Baby erwarten, weshalb Renata ihre Teilnahme an der Sendung absagen musste. Wenig später erlitt die 36-Jährige dann tragischerweise eine Fehlgeburt. Nun fragen sich viele Fans der Beauty, ob sie denn nun 2024 wieder für RTL über das Parkett fegen wird. Bei Instagram wurde Renata Lussin jetzt mit der Frage konfrontiert, und antwortete offen, meistgestellte Frage. Das wisst ihr doch mittlerweile. Ihr erfahrt es immer circa im Januar. Wir als Tänzer wissen es auch noch nicht und wenn, dann ist es jedes Jahr ein kleines Geheimnis für alle, bis die Produktion es offiziell postet. Wirklich schlauer sind die Let's Dance Fans nach dieser Antwort wohl nicht. Doch Renata Lussin ist nicht die einzige Tänzerin, um deren sich viele Zuschauer sorgen. Nachdem bekannt wurde, dass Ekaterina Leonova, 36, 2024 in der Supertalent-Jury sitzen wird, fürchteten viele, dass das gleichzeitig ihr Aus für die Tanzshow bedeuten könnte. Überschneidungen gibt es laut Ekaterina Leonova bei den beiden Produktionen zwar nicht, dennoch würde dies nicht automatisch bedeuten, dass sie auch 2024 wieder bei Let's Dance dabei ist.